Der Text scheint aus einem alten, mit Schreibmaschine getippten Drehbuch zu stammen. Und was hat die Szene mit dem Bild daneben zu tun? Marge und Bill diskutieren beim Lunch gerade über ein exorbitant teures Gemälde, das sie gerne kaufen würden, als ihnen plötzlich ein Koffer voller Geld vor die Füße fliegt. Was tun? One must act quickly, da muss man schnell handeln, fordert John Baldessari im Titel seines Werks. Ist das überhaupt ein Gemälde oder nur ein Druck? Es sind Fragen nach dem Verhältnis von Malerei und Fotografie, Text und Bild, die Baldessari mit diesem Diptychon stellt. Es gehört zur Werkgruppe der Movie Scripts Art, die er 2014 zum Jubiläum 200 Jahre Städel schuf. Unser Werk zeigt einen stark vergrößerten Ausschnitt aus dem Paradies-Gärtlein, geschaffen um 1410 von einem oberrheinischen Meister. Baldessari macht aus einem Nebenschauplatz das Hauptmotiv, betonte die Elemente, die ihm wichtig erschienen, durch Übermalung und stellte diesem Bild einen Text gegenüber. Ist das Malerei? Untertitelung des ZDF, 2020